So, weiter geht's. Da. Der Affe. Und er haut ab. Okay. Kennen wir ja nicht anders von den Affen hier? What the fuck? Die Musik ist irgendwie witzig, aber... Ich weiß nicht, was ich von da halten soll. Äh, wo ist der Affe denn? Egal, Zeit. Dies ist der Regen... What the fuck? Dies ist der Regenten... Regenten-Palast, der Deku-Reich ist. Oh Gott, ich kann kein Deutsch mehr, jetzt mal ernsthaft. Für die öffentliche Schmähung des dummen Affen, der unseren König verärgert hat, seid ihr aber der Zutritt gewehrt. Oh, cool. Daraus bis zum Thronenseil betreten, aber auf keinen Fall andere Bereiche. Alles klar. Oh, was ist das denn? Oh, boah, 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 boah. Zum inneren... Inneren des Palastgarten und was? Ich geh einfach mal hier lang. So, alles klar. Ah, ich glaub... Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Gehst du da wohl weg? Wohooo! Und da! Sieh hier! Wow! Yeah! So... Erstmal... Schau ich mir das hier. Komm ich da hoch? Nee. So, schön vorsichtig. Also, der guckt da jetzt die Wand an. Danach guckt der, schätze ich mal... Da, so zur Wand. Nee, der läuft weiter. Und sein Kollege... Den wollen wir mal gar nicht weiter bachen. Alles klar, alles klar, alles klar. Runter da! Uff. Okay, was ist das hier? Ah, ich schätze mal, hier kann ich eine dieser komischen... Erbsen... Ein... Flecken weicher Erde. Ja... Diese komischen Wundererbsen reinmachen, weil das war in... Bitte bedienen Sie sich an unserem frischen Quellwasser. Wow! Das war bei dem anderen Zelda auch so. What the fuck? Kann ich das trinken oder so? Halt mal... Vielleicht muss ich das irgendwie mitnehmen. Ich hab da einfach irgendwie so ein Gefühl... Dass ich das irgendwie mitnehmen muss oder so. Ja! Ich kann's sogar mitnehmen. Äh... Ja, ich hab die... Flasche jetzt mit frischem Quellwasser gefüllt. Ich hab keine Ahnung, ob ich das tun musste. Ich... Schätz einfach mal. Und ich hab da gerade den Weg gesehen. Was ist das? Okay... Ah, das ist so ein komischer Ding ins Verkäufer. Hier. Nun, Mampf, Mampf, du bist mein erster Kunde seit sehr langer Zeit. Bei dem haben wir noch letztes Mal schon was gekauft. Ähm... Brauchst du ein paar Wundererbsen? Sobald sie von Wasser benetzt werden, wachsen große Blätter aus ihnen heraus. Ich gebe dir ein Musterexemplar. Versuche es in weiche Erde zu pflanzen, blablabla. Da hätten wir die Wundererbsen. Äh... Du kannst sie jederzeit pflanzen, aber wenn du sie nicht gießt, wachsen ihre Blätter nicht. Alles klar. Und das Wasser dafür haben wir. Boah. Cool. So. Dululu. Aber... Ach ja, ich bin... So, jetzt bin ich ein Mensch. Ah, jetzt kann ich die auch benutzen. So. Hey. Los. So. Zack, zack, zack. Alles klar. Und gießen. Wow. Das ging schnell. Bei dem anderen, äh... Bei Ocarina of Time musste man immer noch so warten und so. Ich fülle das einfach mal wieder mit Wasser, weil ich glaube, das kann uns auch heilen. Ist, glaube ich, ziemlich... Äh... Gut. Äh... Uff. Joa. Einfach... Um auf... Äh... Um vorsichtig zu sein, ziehe ich das da mal an. Weil... Hier dürfen ja nur Dekos rumlaufen. Okay. Wo geht's hier lang? Wow. Okay, ein Schatz. Ich schätze mal ein Headstyle? Ne. Oh, toll. Ein roter Rubin. Das blinkt mir aber nichts, weil mein Gelddingen schon voll ist. Mann. Egal. Egal. Hat sich gelohnt. Jetzt wissen wir wenigstens, wie man diese Teile benutzt. Äh... Also ich denke mal, wir können die, äh... Da bei diesen komischen Typen kaufen und... Ja. Wie komm ich da jetzt hoch? Ich schätze mal als Mensch. Nö. Äh... Okay, das wundert mich gerade ein bisschen. Der Typ da soll mich nicht sehen. Und jetzt fängt wieder an zu glockeln. Okay... Ja... Leute, ich weiß gerade wirklich nicht weiter, wie ich da hochkomme. Der will da nicht hoch springen. Aber... Warte mal. So. Und? Was ist, wenn ich da... Dann springt er doch mal raus. Ne, doch nicht. Hö. Es verbleiben 36 Stunden. Ja, okay. Wow. Was zum Teufel machen die da? Jetzt fangen sie an zu schießen. Okay. Nicht sehr toll. Aber wie komm ich da jetzt hoch, verdammt? Hier? Komm ich da hoch? Ne. Verdammt. Ich freu mich, was passiert wäre, wenn ich den anderen Weg da gegangen wäre. Nein, nein, nein. Vorsichtig. Schön vorsichtig. So. So. Keiner hat was gesehen. So. Keiner hat was gesehen. Ist das hier anders oder? Ja, das ist anders. Cool. Du. Du. Erstmal ein bisschen. So. Da muss ich lang. So. Der kommt weg. Der kommt weg. Jetzt. Dann schnell schätze ich einfach mal. Du. Oh. Okay. Das war, glaube ich, verdammt knapp. Aber so richtig verdammt knapp. Ähm. Ja. Da ist so ein komischer Typ. Und. Oh, das läuft hier eigentlich ganz gut. Ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Und da ist ein Herzteil. Habe ich das jetzt alles nur für so ein Herzteil getan? Okay. Immerhin, Herzteil, besser als gar nichts Vorsichtig, okay, der wird wieder ab Jetzt kann ich wieder abbauen So, au, 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 ich muss hier auch noch durch, verdammt Ah, scheiße, aha, ein Eindringling, alle, ein Eindringling Ah, verdammt, ich glaube, jetzt lassen die mich nicht mehr rein, oder? Schätze ich jetzt mal so Ich habe dir doch gesagt, du sollst dir direkt zum Thronsaal gehen Normalerweise dürftest du gar nicht mehr rein Okay, die sind anscheinend ziemlich schlau und lassen mich nochmal durch Aber da wir sowieso schon alles gefunden haben, einfach weiter geradeaus gehen Hallo Dein Gesicht habe ich hier noch nie gesehen Bist du ein Besucher? An und für sich sind Fremde in meinem Thronsaal nicht willkommen, aber heute mache ich eine Ausnahme Der dumme Affe, der die Deko-Prinzessin entführt hat, wird heute bestraft Das ist ein Angriff auf die königliche Familie Ich werde ihm schon Ich werde ihm schon zeigen, was dies zur Folge hat Dieser dumme Affe sitzt dort in dem Käfig, sehen die gut an Wo? Da? Ich habe es gesehen, der Affe und die Prinzessin sind nachts zusammen zum Tempel gegangen Aber nur der Affe ist wieder herausgekommen, okay Die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal Wie oft sie es noch sagen, das bringt die Prinzessin auch nicht zurück Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zum Opfer Bitte, du musst mir glauben Okay Ja, was muss ich jetzt machen? Jetzt, da unsere geliebte Prinzessin vermisst wird, ist der König stets sehr aufdringend Ich fürchte, die Prinzessin befindet sich in Schwierigkeiten, so wie es der Affe behauptet Aber in seiner derzeitigen Verfassung ist der König nicht in der Lage, Truppen nach ihr auszusenden Was sollen wir nur tun? Soll ich da jetzt hin, oder was? Also ich schätze einfach mal, dass ich Wenn ich, wenn ich wüsste, wo es da reingeht Was wäre wohl, wenn ich genau vor dem Typen hier, zack Obwohl, halt mal, halt mal Ich hab da oben was gesehen Warte, was hat er gesagt? Ihr alle, behaltet euch und bereitet den Küssen vor Okay, ne Ich weiß nicht, kann ich das löschen mit dem Wasser? Ich will es nicht ausprobieren, aber irgendwie schon Okay, ne, ich komm noch nicht mehr so wirklich hin Äh, ich ziehe jetzt einfach mal meine Maske aus Ich bin gespannt, was dann passiert Aha, ein Eindringling Okay, ein Scheiß passiert Gibt es hier vielleicht noch andere Wege? Okay, da führt Da hinten führt auch so ein Weg entlang Deswegen schätze ich einfach mal, dass ich da hin muss So, wohin fühlt mich das? Nur für Dekus Dämmerwald, Dämmerwald, Abkürzung Genau Ich will da aber gar nicht hin Zack, zack Zack, zack Zack, zack, zack Zack, zack Zack, zack, zack Vorsichtig Ja Ich schätze jetzt einfach mal, dass das richtig war Und verdammt, ich hätte von dem einen Typen da mehrere kaufen sollen Weil Da ist so ein Teil Aber Bringt mir ja herzlich wenig Dann gehe ich halt nochmal zurück Aber Leute Bis ich dahin mache ich hier mal einen Schnitt